Und, wie gefällt dir heute hier das Ganze? Ja, ich bin mal noch gespannt auf die Designerin, die hinten sitzt. Von der her hoffen wir uns noch ein bisschen Feedback, weil wir möchten ein Programm machen, was eigentlich möglichst einfach zu bedienen ist. Also wirklich für die ganz, sagen wir mal, Zurückgebliebenen. Zurückgeblieben? Die DAOs, die richtigen DAOs. Und da hoffen wir uns noch einiges an Feedback, wie man da die ganze Sache von der Usability her besser machen kann. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob sie eine Usability-Expertin ist oder eher so auf Design ausgelegt. Und ja, wir hatten ein Anfangsproblem halt, vor allem mit WLAN, denkt man ja auch. Ist halt mau hier. Wir haben kein Problem mit WLAN. Ist einfach nicht existent. Ist existent, genau. Ja, und dann sind wir noch ein bisschen gespannt, so ein paar Detailfragen an die Microsoftler. Gucken wir es da drüber. Okay, super. gut. Danke, richtig. Danke. 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 Danke.